Elisabeth Montgomery zerstörte zwei Ehen mit ihrer Affäre während verliebt in eine Hexe. Elisabeth Montgomery war eine Fernsehschauspielerin, die durch die Darstellung der Hauptfigur Samantha Stevens in der beliebten übernatürlichen Sitcom Bewitched aus den 1960er Jahren berühmt wurde. Während die Figur von Samantha ihrem sterblichen Ehemann in der Serie eine liebevolle und treue Ehefrau war. Die Schauspielerin, die sie spielte, spiegelte diese Eigenschaften im wirklichen Leben nicht immer wieder. Elisabeth heiratete im Laufe ihres Lebens vier verschiedene Männer. Einer dieser Männer ist einer der Produzenten der Show, Bill Escher. Während der Produktion der Show begann Elisabeth eine Affäre mit einem der Regisseure der Serie, die dazu führte, dass sowohl sie als auch die aktuellen Ehen des Regisseurs zu Ende gingen. Es ist ihr dritter Ehemann Bill Escher, der Elisabeth Montgomery angeblich geholfen hat, ihre ikonische Rolle in der Sitcom verliebt in eine Hexe zu bekommen. Bill war ein Produzent, der sich für Elisabeth einsetzte und ihr half, die Hauptrolle in der Serie zu übernehmen. Dies bedeutete jedoch nicht, dass Elisabeth ihrem Ehemann während der Dreharbeiten der Sitcom treu sein musste. Verliebt in eine Hexe dauerte acht Staffeln, wobei Elisabeth während der gesamten Show die Hauptfigur spielte. Im Laufe der Serie spielten jedoch zwei separate Schauspieler Elisabeths Ehemann darin auf der Leinwand. Die Show ist dank Neustarts und Wiederholungen noch heute in guter Erinnerung. Teil dessen, was Bewitscht so erfolgreich machte, war die liebevolle Beziehung zwischen den Hauptfiguren Samantha und darin Stevens. Die Welt verliebte sich genauso in Samantha, wie es die Figur darin offensichtlich war. Und es wäre für das Fernsehpublikum schwer, sich die beiden mit jemand anderem vorzustellen. Doch nicht nur Elisabeth heiratete im Laufe der Serienproduktion im echten Leben einen der Produzenten der Show. Aber sie ist später auch in eine außerredeliche Affäre mit einem der Regisseure der Show verwickelt. Während Samantha's Ehe mit darin in Verliebt in eine Hexe relativ perfekt gewesen sein mag. Die Schauspielerin, die Samantha spielte, hatte mit ihren Ehen außerhalb der Leinwand nicht allzu viel Erfolg. Produzent Bill Escher, Elisabeths dritter Ehemann. Was bedeutet, dass die Schauspielerin bereits zweimal geheiratet und sich scheiden ließ. Bevor sie die Rolle der liebevollen Hausfrau Samantha Stevens übernimmt. Elisabeths erster Ehemann war ein Mann namens Frederic Kammann, den sie 1954 heiratete. Leider führte Samantha's Streben nach Hollywood-Erfolg schon früh zu einem Schisma in der Ehe. Und die beiden ließen sich nur ein Jahr nach ihrer Vereinigung scheiden. Kurz nach ihrer ersten Scheidung heiratete Elisabeth 1956 zum ersten Mal wieder. Als Elisabeth Montgomery 1956 ihren zweiten Ehemann, den Schauspieler Gich Young, heiratete. Sie versuchte immer noch, sich in Hollywood einen Namen zu machen. Während Elisabeths erster Ehemann ein Mann in ihrem Alter war, der Ambitionen hatte, eine Familie abseits des Rampenlichts Hollywoods zu gründen. Gich war ein viel älterer Mann, der nicht vorgab, seine und Elisabeths Hollywood-Ehe sei alles andere als oberflächlich. Elisabeth und Gich waren fast acht Jahre verheiratet. Und es wird allgemein spekuliert, dass Gich Elisabeth während dieser Zeit etwas missbräuchlich gegenüberstand. Elisabeth und Gich ließen sich 1963 scheiden. Und Elisabeth heiratete später im selben Jahr den oben erwähnten Bill Escher. 1964 wurde verliebt in eine Hexe-Uhr aufgeführt. Nach seiner Scheidung von Elisabeth heiratete Gich Young zweimal wieder. 1978 tötete er sich und seine vierte Frau, eine Frau namens Kim Schmidt. Die beiden waren erst seit wenigen Wochen verheiratet. Elisabeth ließ sich aufgrund ihrer Affäre während der Produktion von Bewitscht von ihrem dritten Ehemann Bill Escher scheiden. Nach dieser dritten Scheidung heiratete sie erneut, bevor sie 1995 selbst verstarb. Der Mann, mit dem Elisabeth Montgomery während der Produktion von Bewitscht Richard Michaels in eine außerregeliche Affäre verwickelt wurde, der in den späteren Spielzeiten als Regisseur in die Serie eingestiegen war. Nach Richards Einstellung verstand sich der Regisseur fast sofort mit Star Elisabeth. Während der Dreharbeiten begannen sich Elisabeth und Richard ineinander zu verlieben. Und diese Liebe war schwer vor anderen Leuten am Set der Serie zu verbergen, einschließlich Bill Escher. Es dauerte nicht lange, bis die Affäre zwischen Samantha und Richard den Leuten am Set von »Verliebt« in eine Hexe »auffiel. Infolge der Tatsache, dass die Leute von der Affäre erfuhren, würden sowohl die Ehen von Samantha als auch von Richard auseinanderfallen. Nachdem die Frau von Richard Michaels von der Affäre erfahren hatte, ließ sie sich 1972 von ihm scheiden. Das war natürlich das gleiche Jahr, in dem Bewitscht sein Serienfinale ausstrahlte. Im folgenden Jahr ließen sich Elisabeth Montgomery und Bill Escher scheiden. Das Paar hatte versucht, es zum Laufen zu bringen. Nachdem Bill Escher zunächst von der Affäre erfahren hatte, aber es nicht geschafft hatte. Bill war Elisabeth viele Male zuvor untreu gewesen. Letztendlich waren Elisabeth und Bill ungefähr neun Jahre verheiratet. In dieser Zeit ist Bill Elisabeth gegenüber sicherlich untreuer als sie ihm gegenüber. Allerdings mit all den zahlreichen Stahlets, mit denen Bill im Laufe seiner Ehe mit Elisabeth Affären hatte. Er hatte sich in keinen von ihnen verliebt. Es war die ernste und persönliche Natur von Elisabeths Zuneigung zu Richard Michaels, die der Ehe schließlich Schaden zufügte. Da Bill es nicht ertragen konnte, seine Frau in einen anderen Mann verliebt zu sehen. Obwohl sich Elisabeth und Richard unsterblich ineinander verliebt hatten. Sie haben nie geheiratet, nachdem sie sich von ihren jeweiligen Ehepartnern scheiden ließen. Stattdessen heiratete Elisabeth vor ihrem Tod im Jahr 1995 eine andere. Obwohl sich Elisabeth Montgomery und Bill Escher 1973 scheiden ließen. Es wurde behauptet, dass Bill Escher für den Rest seines Lebens in Elisabeth verliebt war. Elisabeth hatte sicherlich eine Art, die Männer um sie herum zu bezaubern. Richard und ihre vier Ehemänner waren bei weitem nicht die einzigen bemerkenswerten Männer. Mit denen die Schauspielerin jemals eine romantische Beziehung hatte. Tatsächlich im Laufe ihres Lebens, Elisabeth war romantisch mit so großen Prominenten wie Elvis Presley und Dean Martin verbunden. Trotzdem war keiner dieser Prominenten so sehr in Elisabeth verliebt wie Bill Escher. Vor seinem Tod im Jahr 2012 im Alter von 90 Jahren drückte Bill seine Überzeugung aus, dass alles Schlimme, das während seiner Ehe mit Elisabeth passiert war, seine Schuld war. Obwohl Bill Escher älter als Elisabeth Montgomery war, war es Elisabeth, die am Ende zuerst starb. Elisabeths bereits erwähnter Tod im Jahr 1995 ereignete sich als Folge von Darmkrebs. Die bei ihr erst vor wenigen Monaten diagnostiziert worden war. Zum Zeitpunkt von Elisabeths Tod war die Schauspielerin 62 Jahre alt. Ihr vierter Ehemann, ein jüngerer Schauspieler namens Robert Foxworth, überlebte sie. Sie und Robert hatten erst vor wenigen Jahren, 1993, den Bund fürs Leben geschlossen. Während die Schauspielerin Elisabeth Montgomery größtenteils einem dritten Ehemann Bill Escher zu verdanken hatte, dass sie ihre ikonische Rolle in der beliebten Fernsehserie verliebt in eine Hexe aus den 1960er Jahren erhalten hatte, hinderte sie das nicht daran, ihn während der Produktion mit einem der Regisseure der Show zu betrügen. Jetzt ist es an der Zeit, von ihnen zu hören. Wussten sie, dass die Schauspielerin Elisabeth Montgomery ihrem berühmten Vater die Schuld für ihr Pech in der Liebe gab?